Jetzt ist es soweit, ihr wisst es, Zemax wohnt in einem Airbnb und hat gelogen. So, KuchenTV wird das gleich hier nochmal schön aufschlüsseln, das schauen wir uns jetzt gemeinsam auf jeden Fall an. Ich hab's schon im Stream so ein bisschen aufgearbeitet, ich hab's im Stream schon so ein bisschen drauf reagiert. Wir waren, glaube ich, mit die Ersten, weil ich gesagt habe, ich gebe ein Zehner-VIP an denjenigen, der herausfindet, dass Zemax, ob Zemax in einem Airbnb wohnt. Es hat keine zwei Minuten gedauert, dann hat mir jemand im Chat den Link geschickt. Ich hoffe, das hat Tim hier auch kreditiert. Das hoffen wir natürlich, weil wir sind hier die Detektive, ja, ganz klares Ding. Das Airbnb, ich hab's ja gecheckt, das Airbnb war ausgebucht für ein Jahr. Das heißt, Zemax kann das Airbnb jetzt auch für ein Jahr gemietet haben. Es gibt auch Langzeitmieten auf Airbnb. Bevor wir uns jetzt hier aber ein Urteil erlauben, schauen wir uns trotzdem mal das Video an, was Tim hier gemacht hat. Ich wollte das nur vorher mal gesagt haben, okay? Digga, kann doch nicht wahr sein, Digga, rein in die Masse, let's go. Also, es heißt nicht, es heißt nicht, nur weil er im Airbnb wohnt, Airbnb ist Ferienwohnung quasi von Privatleuten, dass er nicht umgezogen ist. Man kann auch ein Airbnb als Langzeitmieter haben, das möchte ich hier nochmal klarstellen, ne? Aber trotzdem, wir schauen mal rein, let's go. KuchenTV, was hast du uns zu sagen, Tim, mein schönster? Jo, Freunde der Airbnbs. Ja, ich weiß, tausende Leute von euch haben auf dieses Video hier gewartet. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt so, jetzt wird Siemex endlich komplett haupts genommen. Aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ganz genau, ich hab's, ja. Und zwar hab ich in meinem letzten Video zu Siemex folgendes gesagt. Kein Plan, ob das stimmt, um ehrlich zu sein, weil die haben noch keine Roomtour hochgeladen, sonst hätte ich wahrscheinlich schon bewiesen, dass es sich um Airbnb handelt. Einige Leute haben das Ganze nämlich mal nachverfolgt und hier seht ihr auch ein paar Bilder von dem Airbnb. Ah, okay, 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 gut. Also stimmt, Tim hat's auch schon gesagt, ich revidiere, Tim ist ebenso detektiv, alright. Von Siemex Videos. Ja, Siemex wohnt in einem Airbnb. Viele Leute auf Instagram und TikTok sind halt jetzt der Meinung, dass Siemex komplett exposed worden ist und dass er extrem gelogen hat. Und ich frag mich ehrlich gesagt, was soll das jetzt beweisen? Wo wurde er exposed und wo hat Siemex bitte gelogen? Ich habe in der ganzen Zeit bestimmt 5000 Nachrichten bekommen, die mir alle gesagt haben, dass Siemex ja in einem Airbnb wohnt. Das sieht ungefähr so hier aus. Ja, same, same, same. Meine Instagram DMs genauso. Voll auf dich. Ich lese eigentlich wirklich super gerne meine Instagram Nachrichten. Zum Beispiel sowas. Ich nicht. No joke, das hat mir halt voll das Lächeln aufs Gesicht gezaubert, auch wenn es halt sehr kurz gehalten ist. Äh, und halt auch gelogen ist. Weil ich finde das voll krass. Ich mache nur so ein paar Videos. Aber Leute finden meine Arbeit hier wirklich wichtig. Hat mich gefreut. Dankeschön. Aber es nervt halt, wenn man 5000 Mal das Gleiche zugeschickt bekommt. Leute, ich habe über eine Million Abonnenten, 160.000 Follower auf Instagram, zumindest fast. Folgt mir da. Ich kriege sowas mit. Ihr seid nach fünf Tagen nicht der Erste, der mir das sendet. Dadurch konnte ich halt Leuten, die mir wirklich wichtige Nachrichten geschickt haben, nicht antworten. Also sorry auf jeden Fall dafür. Was mich an der ganzen Sache einfach mega aufregt, ist die Tatsache, dass es halt überhaupt nichts beweist, ob er jetzt in einem Airbnb ist oder nicht. Ich hoffe, er geht jetzt auch nochmal, wie gesagt, über die Verfügbarkeit dieses Airbnb aus, weil ich halt den Original-Link vom Airbnb natürlich habe. Und wie gesagt, man kann das Airbnb nicht buchen für über ein Jahr. Also ich denke mal, dass er das jetzt für ein Jahr gebucht hat, was er beweisen würde. Ein Jahr lang macht keiner Urlaub, dass er tatsächlich da hingezogen ist. In meinem Video meinte ich das im Sinne von, ich beweise, dass du Urlaub machst. Aber wisst ihr dadurch, dass er in einem Airbnb ist, ob er jetzt wirklich ausgewandert ist oder ob er Urlaub macht? Nein, das wisst ihr natürlich nicht. Alles, was ihr mit dem Erstellen von YouTube oder TikTok-Videos macht, ist die Tatsache, dass ihr die Adresse von Siemex liegt. Und warum? Naja, weil er gerade auf der negativen Seite von YouTube steht natürlich. Genau, das finde ich extrem uncool. Man muss dazu sagen, in dem Airbnb steht natürlich nie die Adresse drin. Also man kommt an die Adresse nicht dran. Trotzdem hat man jetzt halt einen Orientierungspunkt. Das finde ich extrem scheiße. Das finde ich extrem geschissen, Digga. Dass das so rumgeht jetzt tatsächlich. Da interessieren einen natürlich Punkte wie Privatsphäre oder Persönlichkeitsrecht nicht mehr. Sobald man irgendetwas gegen Siemex sagen kann, wird das vor ein paar Klicks in die Öffentlichkeit gezogen. Dinge werden aus dem Zusammenhang gerissen und Dinge behauptet, die er nie gesagt hat. Denn wie gesagt, wird Siemex ja gerade gehatet. Und deswegen verliert er alle Rechte eines Menschen. Das Grundgesetz zählt für einen Siemex nämlich gar nicht mehr. Was ich daran halt so widerlich finde. Es werden bei Siemex Aussagen irgendwelche Dinge reininterpretiert. Hauptsache man kann ihn halt weiter haten. Es geht gar nicht darum, ganz sachlich und vernünftig das Thema zu diskutieren. Sondern einfach nur darum, auf Siemex so hart drauf zu hauen, wie es geht. Deswegen werde ich jetzt einige Aussagen gegenargumentieren, die ich tatsächlich des Öfteren gehört habe. Finde ich gut. Finde ich sehr gut, Digga. Finde ich sehr gut, dass du das machst, Tim. Muss ich sagen. Cool, dass du das hier nochmal richtig stellst. Hätte ich aber sonst natürlich im Contest des Videos auch nochmal gemacht. Weil ich finde das auch sehr inkorrekt, dass sich jetzt wirklich an allerlei Kleinigkeiten, die er hat und besitzt und sowas aufgehangen wird. Und maximal versucht wird, ihn zu diskreditieren und ihn persönlich angreifbar zu machen. Das finde ich extrem scheiße. Der Typ ist immer noch ein Mensch, so wie Tim es sagt. Der Typ hat es nicht verdient, dass das über seine Taten hinaus so weggestraft und abgestraft wird. Er hat nichts falsch gemacht, zumindest damit, dass er sich ein Airbnb gemietet hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Das beweist, wie gesagt, gar nichts. Und ich finde das extrem schwierig, Digga, dass er so dumm angegangen wird. Und dass sämtliche Leute einfach einen Scheiß drauf geben, wer er ist und auf seine Persönlichkeitsrechte kacken. Punkt 1. Zimex ist gar nicht ausgewandert. Er wohnt ja in einem Airbnb. Das ist schon ein unfassbar dummer Punkt. Dann erzählt mir doch mal bitte, wie lange kann man denn so ein Airbnb mieten? Ich habe bei Airbnb in Barcelona einfach mal nach Unterkünften geguckt und habe einfach mal zwei Jahre eingegeben. Und siehe da, da werden mir voll viele Wohnungen und Häuser angezeigt. Weil man Airbnbs quasi so lange mieten kann, wie man möchte. Gerade jetzt während Corona freuen sich die Vermieter wahrscheinlich sogar, wenn sie eine Langzeitmiete haben. Da es natürlich sehr wenig Reisende gibt und die meisten Airbnbs sowieso frei rumstehen. Das Ganze ist sogar mega billig. Für ein komplettes Haus mitten in Barcelona zahlt man nicht mal 2000 Euro Miete. In der Großstadt in Deutschland kostet das wahrscheinlich das Drei- oder Vierfache. Fakt ist auch, dass man sich in Deutschland ab und in dem anderen Land neu anmelden muss, wenn man länger als drei Monate nicht mehr in Deutschland ist. Das hat er ja sogar gesagt, ne? Wenn man also nur vier Monate weg ist, dann würde das schon bedeuten, dass man auswandert. Auch wenn man nach einer gewissen Zeit wieder zurückkommt. Ich habe jetzt sogar Insider-Wissen von Siemex und weiß genau, wie lange er weg ist. Das werde ich hier natürlich jetzt nicht sagen. Was ich euch aber mitteilen kann ist, dass es länger als drei Monate sind. Damit ist er faktisch gesehen ausgewandert. Insider-Wissen, ja, also man kann das überprüfen. Es ist über ein Jahr. Der nächste Punkt ist folgender. Siemex hat im Video gesagt, er hat das Haus gekauft. Aber das stimmt gar nicht. Es ist ja ein Airbnb. Airbnb, auch das hat er halt nie behauptet. Was er gesagt hat, ist folgendes. Auf jeden Fall sind wir jetzt in unserem Haus. Okay, es ist ein Haus. Es ist keine Wohnung. Aber er hat doch gesagt, es ist unser Haus. Ja, Bro, Digga, wenn ich irgendwo mal, er kommt zu mir in die Wohnung, heißt das nicht, dass meine Wohnung mir gehört. Check dich schon, oder? Ja, wow, und ich bin hier gerade in meiner Wohnung, obwohl die nur gemietet ist. Und das ist genau das, was ich meine. Ich habe diesen Punkt wirklich als Argumentation bekommen. Wenn ich ein Haus oder eine Wohnung miete, dann sagt man, dass das seins ist. Wenn Freunde das erstmal bei euch sind, dann sagt ihr ja wahrscheinlich auch. Jo, also ist jetzt nichts Großes, aber das ist meine Wohnung. Habt ihr jemals mitbekommen, dass ein Freund dann sowas hier gesagt hat? Äh, Bro, das ist nicht deine Wohnung. Die ist gemietet. Die gehört deinem Vermieter. Genau so sagt man ja auch, jo, das hier ist mein Hotelzimmer. Und obwohl mein Auto geleased ist, ist es trotzdem mein Auto, obwohl es immer noch Audi gehört. Da ist der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Ich besitze die Wohnung, na gut, bei einer Wohnung noch was anderes. Aber bei einem Auto ist der Besitz in meinen Händen und das Eigentum ist bei Mercedes beispielsweise. Ja, das ist Besitz- und Eigentumsverhältnisse, vielleicht mal checken. Wenn man es hart auf hart nimmt, dann gehört Monte sein Haus auch nicht alleine, weil er immer noch einen offenen Kredit hat. Die Bank könnte ihn das theoretisch wegnehmen, wenn er nicht mehr zahlungsfähig ist. Hä, Monte, du hast nämlich gar kein Haus alleine. Was lügst denn du, du kleiner Gauner? Bei Zemex wird einfach jeder kleine Mini-Satz auf die Goldwaage gelegt. Hauptsache, man kann es irgendwie rechtfertigen, dass man einfach seine Adresse geleakt hat. Also auch der Punkt ist komplett widerlegt. Kommen wir mal zum nächsten. Hör, wer hat doch gesagt, er kauft Möbel. Er stellt es so hin, als wäre es sein Haus. Kann er doch machen, Digga. Wenn ich ein Jahr irgendwo wohne, kaufe ich mir natürlich Möbel. Das höre ich auch mega oft. Und natürlich ist das kompletter Bullshit. In dem Video, wo er über einen Hater redet, bringt er nämlich folgende Aussagen. Bis wir mit dem Haus komplett fertig sind. Weil ich wollte es eigentlich mit der Roomtour so machen, wenn die ganzen Kartons noch nicht da sind, werde ich alles filmen. Dann sind die ausgepackt, dann sah es unordentlich aus. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Aufräumen. Aber es sind über 30 Kartons, wie gesagt. Das wird noch so lange dauern. Digga, wieso bin ich? Willst du mich verarschen, KuchenTV? Willst du mich verarschen, Tim? Weil das Originalvideo von Zemex nicht mehr da ist und nur noch mein React hat KuchenTV einfach meine Facecam ausgeblendet. Hä, warum machst du das, Bro? Ich strike dich doch nicht weg. Als ob ich dir... Hä? Wahrscheinlich, weil er halt jetzt nur den Kontext von Zemex haben wollte hier. Er hat einfach meine Facecam ausgeblendet, Digga. So ein Schlawiner, ja. Dick Omega-Loll-Chat. Wir müssen so viel für die Einrichtung kaufen. Ich musste übrigens Revi hier zensieren, weil der echt hässlich ist. Und Zemex hat sein Video auch privat gestellt. Du Mistgeburt, du dreckiger Hund! Lass uns nicht über Hässlichkeit reden, Bro. Lass uns einfach nicht über Hässlichkeit reden. Jetzt gibt es doch einen Strike. Kein Spaß, ich liebe dich, Revi. Ich habe jetzt noch mal... Okay, ich liebe dich auch. ...mal alle Videos von Zemex geguckt. In keinem Video hat er gesagt, dass er Möbel kauft. Ja, seine Kartons wurden geliefert. Es ist doch klar, dass wenn man längere Zeit irgendetwas mietet, dass man seine Sachen mitnimmt. Was weiß ich, Bilder, Elektronik, Sachen, Bettwäsche, Kleidung, whatever. Man nimmt ja... Chat auf Omega-Loll sein Vater. ...sicht alles auf den Flug mit. Das ist also auch kein Beweis dafür, dass er da gelogen hat. Sondern natürlich zieht er mit seinen Kartons um. Auch wenn er das nur für vier Monate machen würde. Auch die Aussage, na, aber die wollen eine Einrichtung kaufen. Das dürfen die ja gar nicht. Bro, auch eine Pflanze gehört zur Einrichtung. Er kann in diesem Airbnb doch wohnen und glücklich sein. Was geht ab, er kann ihn, na? Und natürlich dürfen die in einem Airbnb eine Pflanze hinstellen. Nein. Oder eine Vase. Nein. Oder irgendwelche Gegenstände, die keinen Sinn haben, sondern einfach nur schön aussehen sollen. Die könnten sich auch da ein Sofa reinstellen, wenn sie wollen, wenn sie es am Ende wieder verkaufen oder mit dem Besitzer das abgeklärt haben. Ein Airbnb ist genauso wie eine Miete. Nur, dass du halt im Regelfall keinen normalen Mietvertrag abschließt, sondern über die Plattform von Airbnb, glaube ich, eine Nutzungsüberlassungsübereinkunft, bla, 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 irgendwas unterschreibst und keinen normalen Mietvertrag hast. Aber ansonsten ist ein Airbnb auf Langzeitmiete das gleiche wie eine normale Miete. Wir wissen doch gar nicht, was er mit dem Vermieter abgesprochen hat. Er kann theoretisch auch eine komplett neue Möblierung kaufen, wenn er das mit dem Vermieter ordentlich abgesprochen hat. Vielleicht bringt er die alten Möbel in irgendeine Garage, stellt die in irgendeine Abstellkammer oder kauft wirklich nur kleinere Einrichtungsgegenstände. Wir haben hier gar kein Insiderwissen. Wie gesagt, wird irgendwas reininterpretiert. Hauptsache, Siemex ist... Deshalb sage ich die ganze Zeit, Siemex, Digga, komm in den Discord. Wir reden, wir reden, wir reden, Bro. Ich kläre das für dich, Digga. Weißt du, meld dich bei mir. Das ist wieder der Böse. Vor allem, was denkt ihr denn, was der Vermieter macht, wenn er da irgendwas an der Einrichtung verändert? Imagine Siemex, Imagine Siemex kauft so einfach Kunstgegenstände, den Wert von 120.000 Euro und der Vermieter ist dann sauer und zeigt ihn deshalb an. Okay, der Tisch muss nur ein paar Zentimeter weiter nach vorne. Okay, nach dem großen Geschäft soll ich auf jeden Fall spülen. Imagine Farid Bang ist ein Vermieter. Ach, scheiß drauf. Jetzt kommen wir mal zum Schluss noch zu zwei YouTube-Videos, die es ebenfalls komplett in Ordnung fanden. Einfach so die Adresse von Siemex in die Öffentlichkeit zu stecken. Am geilsten ist das Video vom YouTuber Arsenderry. 30 Abonnenten. Der hat jetzt natürlich seine Chance gesehen, die Klicks seines Lebens mitzunehmen. Aber hey, es ist in Ordnung, denn Siemex steht auf der bösen Seite. Ja, 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 ja. Das ist ja genau das. Das ist ja genau das. So nach dem Motto, liegt am Boden, treten wir nochmal drauf. Digga, der hat in dem Fall, wie gesagt, nichts falsch gemacht. Der mag vorher Scheiße gebaut haben, dass er sich doch ein Airbnb gemietet hat. Ey, ist doch seine Sache, Digga, wirklich. Das bedeutet gar nichts. Habt mal bitte ein bisschen Respekt und versteht immer, dass da noch ein Mensch hinter steht. Ich predige es seit Anfang an und ich bin noch jemand, der nicht so wie andere größere Leute halt immer wieder hingeht und da noch irgendwie sagt, ja, Digga, Schmutz und bla 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 und scheiß drauf, Digga, und hat sich verdient und so weiter und so fort. Er wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Trotzdem bin ich jemand, der ein bisschen nachsichtiger ist und an der Stelle auch einfach mal sagen muss, dass das hier komplett unnötig gewesen ist. Punkt. Lustig ist vor allem, dass der Typ dieses Update hier in die Beschreibung gepackt hat. Er sagt darin, dass er meine Storys gesehen hat. Er sagt darin, dass er meine Storys gesehen hat, wo ich schon vor ein paar Tagen gesagt habe, dass es mega dumm ist, die Adresse von Siemex zu leaken. Er verteidigt das aber damit, dass es ihm ja gar nicht um die Adresse geht, sondern nur um eine Regel, gegen die Siemex verstoßen hat. Und zwar folgende. Den Hund, den haben die mit und ratet mal, was ich gerade gesehen habe. Aber Siemex, sind da nicht Haustiere verboten? Oh Mann, auch an der Stelle wieder, das mag so inseriert sein. Maybe hat er das mit dem Vermieter abgequatscht. Maybe gibt er einfach einen Fick und selbst das ist okay. Ich war auch schon mal in einem Hotelzimmer, wo ich ja keine nicht dabei gehabt habe. Ich habe auch, ähm, keine Ahnung. Also das ist, das ist, Digga, Mann, das ist jetzt auch kein Riesenabriss. Man muss jetzt ja auch nicht jedes Ding finden, wo man irgendwie sich drauf, wo man sich irgendwie draufstürzen kann, nur um den irgendwie abzufacken, Alter. Was soll denn das, Mann? Okay, weil... Jo, Freunde der Airbnbs. Ja, ich weiß nicht, ist vor allem, dass der Typ dieses Ab... Weil Siemex gegen eine Regel verstoßen hat, ist es okay, seine komplette Adresse zu legen, so wie du das hier gemacht hast. Ja. Oh, okay. Oh, okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass die Adresse drinsteht, weil oben nämlich in der Adresszeile stand sie nicht drin, das ist auch meistens nicht der Fall, aber hier ist sie komplett mit Pinpoint-Location drin. Ganz ehrlich, man weiß nie, was für kranke Menschen da draußen so sind und irgendwer kann irgendwie so mad sein, dass er jetzt vielleicht dahin... Boah, Digga, es ist absolut nicht in Ordnung. ...liegt, wo er den Aufenthalt hat, Leute. Ich habe das zwar jetzt nachträglich zensiert, aber im Video hat man den genauen Standpunkt des Hauses gesehen. Absolut beschissen. Du liegst also sein Haus und rechtfertigst das damit, dass es ja gar nicht um die Adresse geht. Es ging ja nur um den Regelverstoß. Digga, wen willst du eigentlich verarschen? Vor allem zu der Regel, auch nur mal so nebenbei. Du hast also mit dem Vermieter... Guck mal, wenn ich sowas höre wie Siemex Gürtke liegt. Nein, Digga, das ist Schwachsinn, Mann. Das ist absoluter Schwachsinn. Der Typ mag Scheiße gebaut haben, der Typ mag reingekackt haben, im wahrsten Sinne des Wortes auch mit Scheiße um sich geworfen haben, aber trotzdem berechtigt das doch noch lange nicht, solche geisteskranken Eingriffe in seine Persönlichkeitsrechte vorzunehmen. Was geht denn in euch ab, Alter? Checkt ihr nicht einfach, dass Dinge auch mal irgendwann abklingen, dass jeder mal Scheiße baut. Es ist doch nicht einfach eine Tat mit der anderen Tat irgendwie wieder gut zu machen. So nach dem Motto, ich muss mich jetzt dafür rächen, Digga, nur weil er Scheiße gebaut hat. So, als wärt ihr jetzt hier, als wärt ihr irgendwie diejenigen, die das bewerten dürften, als wärt ihr jetzt irgendwie auf so einem Selbstgerechtigkeitsfilm und Selbstjustizfilm und nach dem Motto, als müsstet ihr darüber urteilen, also, Bro, nee, also sorry, sowas kotzt mich an, Alter. Das finde ich schwachsinnig, Mann. Man muss doch nicht übertreiben. Ja, der Typ hat Scheiße gebaut und ja, der Typ hat berechtigt Hate bekommen. Aber trotzdem, Digga, trotzdem berechtigt das doch doch lange nicht, dass man sowas macht mit jemandem, Alter. Sowas ist schwachsinn, Digga. Sowas ist schwachsinn. Seid doch ein bisschen nachsichtig. Ihr seid gar nicht in der Position teilweise, hinzugehen, Selbstjustiz zu üben und zu sagen, so, Ich geh jetzt hin und, und, ey, der hat mit Kacke geworfen. Ja, ich stech den jetzt ab. Wisst ihr, was ich meine? Also, es geht einfach zu weit. Es hat Grenzen, so. Punkt. ...geredet und weißt, ob die irgendwelche Nebenabsprachen oder sowas gehalten haben. Trimax sagt genau das Gegenteil. Nein, das glaub ich nicht. Schick mir ein Clip, wo Trimax sagt, ich finde gut, dass Zimax die Adresse geleakt bekommen hat. Als ob Trimax das gesagt hat, Digga. Als ob Trimax das gesagt hat. Was talkst du? Es kann nämlich sein, dass er den Hund mitnehmen darf, weil die das halt so lange mieten oder indem er nochmal die Reinigung am Ende bezahlt oder whatever. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich zwei Menschen darauf ein... Ey, ich bin auch nicht mit Zimax, äh, ja, ich hab einmal so gemacht, so auf Joke-Bass, aber wir sind auch keine Freunde, Digga. Und wir sind auch keine, wir sind auch keine Besties und alles. Und ich verurteile genauso scharf wie alle anderen, was er macht. Und ich weiß genauso, dass er sich nicht ändern wird. Noch, nichtdestotrotz, nichtdestotrotz heißt das noch lange nicht, dass man so mit einem Menschen umspringen darf. Ganz, ganz einfach. Punkt. ...einigen können, dass er doch Haustiere mitnehmen darf. Ich bin mal auf dein neues Video gespannt, denn da kannst du es mir ja beweisen, weil sonst wäre das Video ja richtig bescheuert, ohne Informationen einfach rumzuhetzen und Adressen zu liegen. Fast in jedem Airbnb sind Haustiere verboten. Trotzdem gibt es gerade bei Langzeitmieten immer die Möglichkeiten, doch eines mitzunehmen. Und selbst wenn er es mitgenommen hat, Digga, und selbst wenn er es mitgenommen hat, Alter, und der Hund da nicht sein darf, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das vollkommen fein. Der Hund kann da alles voll scheißen, solange er das am Ende doch bezahlt, ist es doch okay. Ihr müsst euch doch jetzt nicht für den Vermieter vom Airbnb stark machen, nur wenn ihr persönlichen Groll auf den habt. Ich check das nicht, Mann. Man denkt immer an seinen Trash-Content, man denkt, der Typ ist Trash an sich und so weiter und so fort, aber man muss doch nicht jedes Register dann ziehen und anfangen, ihn so fertig zu machen, Mann. Weil man dann halt einfach mit dem Vermieter spricht. Vor allem kommt dann auch noch sowas hier. Ich könnte tatsächlich jetzt den kranksten Snitch-Move seit 6ix9ine machen und die kontaktieren und sagen, ey, die haben zwei Hunde bei euch in eurem Airbnb. Kann man, wie kann man denn so sein? Ich könnte, also, ich könnte ja in der Theorie jetzt den Snitch-Move machen und, Bro, was, was denkst du denn, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer du bist? No joke. Was denkst du, was bildest du dir ein, wer du bist? Was ist das für eine, was ist das für eine Art, Digga? Was ist das für eine Art Todes-Unsympath, wirklich unsympathes Todes einfach. Ey, was hast du denn davon? Was hast du davon, wenn du jemanden fickst? Was hast du davon, wenn du jemanden fickst? Was, äh, äh. Werde ich jetzt nicht machen, weil ich mir die Mühe nicht mache. Ich denke mal, irgendjemand wird's machen. Was bist du vor ein unglaublich ekelhafter Mensch? Aber das war's ja auch noch gar nicht. Warum verarscht du uns alle? Leute, das ist ein Airbnb. Er hat sich das nicht gekauft. Er ist auch nicht ausgewandert. Er macht wahrscheinlich Urlaub oder so. Und er verarscht uns alle mal wieder. Woher willst du das wissen? Woher nimmst du diese Aussage? Woher weißt du, dass er nicht ausgewandert ist? Digga, dieser Typ macht mich so unglaublich aggressiv. Ich muss mich echt zusammenreißen, den nicht den Grund und Boden zu beleidigen. Sam, Sam, Sam. Ruhig, Tim. Du willst nicht gesperrt werden und der Typ wird nie irgendwas in seinem Leben erreichen. Wie kann man so ein ekelhafter Mensch sein, dass du die Adresse komplett leagst, Lügen über ihn verbreitest und das Ganze damit rechtfertigst, dass er sich ja an eine Regel nicht gehalten hat, was du nicht mal beweisen kannst? Das Problem ist halt, alle haben halt drauf gegeiert und fanden das übertrieben geil und haben halt auf den Hype mit aufgesprungen und haben gesagt, oh ja, jetzt, jetzt, Digga, jetzt gehe ich hier hin und jetzt wird er nochmal richtig, oh, jetzt werden wir ihn richtig ficken. Komm mal hier, wir nehmen den Schwanz und ficken ihn jetzt richtig. Warum? Warum? Denk doch. Versuch nachzudenken. Dieser Typ hat einen Tag später übrigens so ein Update-Video gemacht. Da sind aber keine Informationen drin, obwohl das Video vier Minuten geht, geht es nur darum, dass es ihm ja nur um die Regel ging. Warum hast du dann... Finde komisch, dass du jetzt sagst, der Hate ist dumm, aber zu Mimi mit Lea Mascher und Apo hast du nichts gesagt, Lost. Digga, ich hab dazu auch was gesagt. Ich hab dazu genauso was gesagt wie hierzu. Ich sage immer wieder, dass es alles seine Grenzen hat. Man mag jemanden offen kritisieren oder man mag einen Dislike geben, man mag aber einen bösen Kommentar schreiben, aber nochmal, jemanden persönlich, auf persönlicher Ebene anzugreifen, auf persönlicher Ebene anzugreifen, wegen einem Video im Internet, Digga, wo er sich wirklich beschissen, ein AF aufgeführt hat, heißt das noch lange nicht, heißt das noch lange nicht, dass du das Recht hast, mit dem zu machen, was du willst. Todeslost muss weggebannt werden. Tut mir leid, es ist so dumm, es ist so dumm, es ist nicht mal deine Meinung, es ist einfach nur so dumm, das wird weggebannt. Du bist so dumm, du wirst einfach wegen deiner Dummheit gebannt. Deshalb wirst du gebannt, weil du dumm bist. Deinem Video nicht nur diese Regel gezeigt, was ja erstmal komplett in Ordnung gewesen wäre. Warum liegst du die komplette Adresse, zeigst alle Bilder, den kompletten Link und und und. Das hat doch gar nichts zum Video beizutragen. Warum ist das dann da drin? Ja, 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 ja. Erklär mir das mal bitte. Vor allem dann auch sowas hier. Na, Leute, ich bin nicht Mimi 2, ich schwöre auf Gott, ich bin nicht Mimi 2, alles. Warum hast du einen Laub hochgegeben, KuchenTV? Das ist gut. Da war er ganz stolz. Das war ein Ritterschlag. Er fühlt sich so richtig ekelhaft, weil er irgendwelche TikToks gesehen hat, wo das Airbnb von Zemex geleakt ist und jetzt ein Video auf YouTube darüber gemacht hat. Der ist so arrogant, ekelhaft. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, jetzt habe ich ihn an den Eiern. Oh, jetzt habe ich ihn an den Eiern. Yo, Leute, nochmal ein kleines Update. Als ich gestern gestreamt habe, habe ich übrigens auch aus seinem Video reagiert und der Typ war im Chat. Nachdem ich ihn dann komplett argumentativ hops genommen habe und alle auf meiner Seite waren, hat er einfach seine Videos gelöscht und ich meinte, dass ich das trotzdem in das Video nehme, weil es einfach ekelhaft ist, was er gemacht hat. Er hat dann geschrieben, dass er mein Video striken lassen wird. Deine Adresse wurde zu gucken, also meine Nachrichten werden übersehen, korrekt einmal. Schau doch, ich habe es dir in den Schreis, ich habe es dir in den Nachrichten geschrieben. Yo, ich habe es rüber gemacht. Tut mir leid, wenn du selber nach der späten Einsicht, nach der späten Einsicht, ich werde es striken. Er hat aber so viel Angst, dass er einfach alles gelöscht hat. Er hat sein Instagram entfernt, er hat seinen YouTube-Kanal gelöscht und er hat sein Twitch entfernt. Das Ding ist halt, er kann das halt nicht mehr striken. Wie will er das denn striken, Digga, wenn er das Video gelöscht hat, dann hat er keine Grundlage zu striken. Props gehen auf jeden Fall raus an dich. Der zweite YouTuber, auf den ich eingehen möchte, ist Alim List. Auch der hat natürlich genauso ein Video gemacht, wo er es komplett in Ordnung findet, die Adresse von Siemex zu licht. Dieses Video soll niemanden beleidigen, das ist alles Humor. Ding und zwar so hier. Sag doch wenigstens, dass es ein Airbnb ist. Das ist doch gar nicht so schwer. Sag es doch einfach, du hast es gemietet, du hast das Haus nicht gekauft, du hast das Ganze mal gemietet. Aber er hat doch nie behauptet, er hat es gekauft, da mein Akkoll. Ich behaupte auch nicht, dass der AMG gekauft ist. Ich habe den geleased. Ich kaufe mir keinen. Ich lease das Auto. Ich habe trotzdem, wird jetzt wahrscheinlich safe, Kollege, ist es dann übermorgen ein Video darüber machen, Digga, dass ich das Ding gekauft habe. Wisst ihr, was ich meine? Er hat nie gebesorgt, dass ihr das Haus gekauft habt. Mann, schenkt ihr eigentlich überhaupt irgendwas? No joke, es fällt mir so schwer, nicht der KuchenTV von 2012 zu werden, der dich in Grund und Boden beleidigt. Er zeigt in seinem Video halt die Bilder und Screenshots von dem Airbnb mit Link, mit dem Namen des Airbnbs und so weiter. Ich habe ihm dann übrigens auch angeschrieben und meinte so, dass das halt echt scheiße ist, was er macht. Er hat dann gesagt, dass er den Link zensiert und er hat den Link auch nachträglich zensiert. Ich habe das Video nämlich noch ohne Zensierung runtergeladen. Also das hat er wirklich einfach Mandela-Effekt gemacht. Das Ding ist, man sieht den kompletten Namen des Airbnbs. Ob du den Link da wegmachst oder nicht, macht keinen Sinn, wenn du die ganzen anderen Daten vom Airbnb nicht wegmachst. Wie kann man so ein dummer Mensch sein? Vor allem habe ich ihn dann auch gefragt, ob das okay ist, das in die Öffentlichkeit zu ziehen für ein paar Klicks und seine Antwort ist, ja, die paar Klicks sind aber sehr hilfreich für mich. Du leakst andere Menschen und schadest ihrem Privatleben für deine 3000 Aufrufe. Das ist wirklich einfach nur traurig. Das sind per AdSense, falls du überhaupt das Partnerprogramm hast, 3 Euro, weil das Video unter 8 Minuten geht. 3 Euro sind ein Döner. Dafür leagst du die Adresse von ZMAX. Mit dem wäre ich nicht befreundet, Alter. Ich habe damit ihm noch hin und her geschrieben und er meinte, dass das ja okay ist, weil das Airbnb eine öffentlich einsehbare Information ist. Okay, also kann ich deine Adresse jetzt auf einer ganz neuen Internetseite veröffentlichen und dann ein Video darüber machen, weil das ist ja dann kein Leak mehr, weil die Adresse war ja schon öffentlich für jeden, der halt den Link hat. Das hat auch so einen Kommentar hier geschrieben, was er natürlich erstmal schön geherzt hat. Was ist das überhaupt für eine dämliche Argumentation? Vollkommen egal, ob man das selber nachforschen kann oder nicht. Die meisten Leute sind erstmal sowieso zu voll dafür und indem du ein Video machst, wo du das Ganze leagst, bringst du auf das Thema eine größere Aufmerksamkeit. Dadurch wird das ganze Thema viel größer. Vollkommen egal, ob das irgendwer selber nachforschen kann oder nicht. Da sieht man wirklich die Beschränktheit der YouTuber und was die alles für ein paar Klicks machen. Absolut widerlich. Du bist doch genauso dumm, Tim und ich doch auch. Erzähl es mir doch. Wir sind doch alle dumm. Dieses Thema macht mich wirklich so unglaublich wütend, weil es Leute einfach in Ordnung finden, irgendwelche Adressen zu leaken, weil Siemex ja angeblich gelogen hat, was ja nicht mehr stimmt und weil er halt auf der negativen Seite von YouTube steht. Wahrscheinlich sind das genau die gleichen Leute, die mich vor fünf Jahren dafür kritisiert haben, dass ich mal Adressen geleakt habe. Ich habe anfangs wirklich jedes TikTok gemeldet, wo ich drin war. Allerdings bringt das nichts mehr, weil dieses Video verbreitet sich wie sonst irgendwas. Idioten erreicht man halt sehr schnell. Mir tut das Ganze auf jeden Fall mega leid für Siemex, weil vollkommen egal, ob ich ihn mag oder nicht, dass da jetzt seine Adresse geleakt wird und das alle in Ordnung finden, weil es halt Siemex ist, geht einfach gar nicht fit. Stellt euch mal vor, im Sommer oder im Winter darf man wieder Urlaub machen und viele Leute fahren nach Barcelona. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass täglich irgendwelche Kinder an seiner Haustür klingeln, klopfen oder da rumrufen oder sonst irgendwas, weil sie wissen, dass er da wohnt und das Ganze nur wegen euch. Ich wünsche euch so sehr, dass euch das Gleiche passiert. Findet ihr dann wahrscheinlich auch in Ordnung oder nicht? Hier übrigens das Ganze auch mal wieder umgedreht. Stellt euch mal vor, ein Unge oder ein Gewitter im Kopf hätte solche Aussagen gebracht. Hättet ihr die Leute dann auch geleakt und hättet ihr das auch gut gefunden? Also Unge hätte ich geleakt. Unge hätte ich geleakt, weil Unge hat die Möglichkeit, das portugiesische Militär zu nutzen, um die Insel komplett abzuriegeln, dass keiner auf die Insel kommt. Gewitter im Kopf hätte ich nicht geleakt. Aber Unge, also das Ding ist halt, wie gesagt, es bringt nichts, Unge zu leaken. Ich könnte jetzt Unges Adresse nennen. Unge kontrolliert die gesamte Insel und das gesamte Militär und die Polizei. Unge hat ein Schreckens. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Unge hat ein komplettes Schreckensregime auf Madeira, ein Terrorregime etabliert und hat sich als Inselförst dort etabliert. El Unge, El Unge Loco heißt der im Volksjargon und ja, da ist kein Durchkommen mehr. Da ist kein Durchkommen. Deshalb halte ich mich auch zurück, weil ich weiß nicht, Unge hat so viel Einfluss, Digga. Unge hat so viel Einfluss, der könnte sogar Deutschland den Krieg erklären. Das will ich jetzt hier nicht. Also ich will jetzt, deshalb halte ich mich zurück. Wahrscheinlich nicht, oder? Ihr seid widerliche, doppelmoralische Menschen, die ich übrigens nicht in meiner Community haben möchte. Jeder, der dieses Video weiterverbreitet hat oder wirklich der Meinung ist, dass da irgendwas exposed worden ist, der kann mich deabonnieren oder schreibt eine Entschuldigung an Siemex in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. K-thanks-bye. Hadi Tschüss, Hadi Tschüss, Kollege.